Wir brauchen auch immer Jahre, um nachzuladen. Ach, nö. Was muss ich jetzt tun? Ach, super. Nice. Ich wette, jetzt darf ich den ganzen Mist nochmal machen. Ja, 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 komm. Aha, das braucht auch echt zum Laden. Naja, gut. Das ist halt so. Hier waren wir doch vorhin schon mal. Die Gegend sind stabil, aber es ist ein Mann, das ist ein Schicksport. Wir gehen trotzdem durch. Meine Explosion hat die Tür verschwert. Ohne Autorisierung geht die Licht auf. Bewegen Sie Ihren Angst und überbrücken Sie die verdammte Tür, Sperre, Kies. Los. Ja, ich bin schon dabei. Ich überbrücke die Tür. Ja. Warum sterben hier meine Jungs weg? Nein, 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 nein. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Alles klar. Ich hätte wahrscheinlich öfters... Wir machen uns aus dem Staub. Der Flugschrauber ist unterwegs zur Sephora. Wir haben es geschafft. ...mit dem rechten Stick runterdrücken und dann wehrt man sich. Und das hätte ich wahrscheinlich ein paar Mal machen müssen. Winter! Was ist jetzt passiert? Haben die eine Zähne rausgeschnitten? Oder... Kann eigentlich nicht sein, weil das Schlimpse haben wir ja gesehen mit dem Xenomorph, der aus dem Brustkorb rauskam. Muss ich jetzt eigentlich irgendwas machen? Ich meine, ich benutze den Controller im Moment und drücke die Sticks in die richtige Richtung. Ich verzweifle aber, dass das irgendwie eine Auswirkung hat. Ja, komm. Wird auch nichts angezeigt, dass man irgendwas drücken muss. Wahrscheinlich einfach nur so eine Zwischensequenz. Alrighty. Ich glaube, es ist etwas in seiner Brust explodiert. Ist Winter bei Ihnen? Ja, Sir. Haben Sie eine Idee zu der Explosion im Brustkorb? Unsere Cheyens sind unterwegs, um Bodenunterstützung bei der Evakuierung zu geben. Das heißt, wir brauchen einen Landeplatz für etwa 80 Marines. Da hat man dieses Blablub irgendwie... Naja, wir machen erstmal Waffenausrüstung. Dieses Gelaber da. Erweitertes Magazin. Ja, das finde ich gut. Oder bei der Pumpgun. Was kriegen wir da? Laufdrosselung. Hitze behandelte Laufdrosselung wird über einen Gewinne auf dem Laufdrosselung angebracht. Und sorgt für effizientes Abführen von Gasen. Verringert die Streuung. Also bisher lief das ja ganz gut mit der Pumpgun. Ich will an der noch nichts... Wir können noch mehr updaten. Ach, ein Laser. Ja, nee. Brauchen wir für die Pumpgun nicht. Pulsgewehr oder Sturmgewehr? Ach, hier können wir noch nichts. Machen wir das mal, dass wir ein erweitertes... Ja. Erweitertes Magazin. Haben wir noch was zu kaufen? Oder... verfügbar null. Bah, beim Frachtraum ist Platz. Verstanden. Unterwegs zum Laderaum. Two, one, over. Irgendwas stimmt nicht. Mir nach. Mir nach. Ja, stimmt so einiges nicht, wenn... Aliens ins Raumschiff eindringen. Das soll erst mal dekontaminieren. Ah, Weyland Yutani. Die Company. Pigs. Pigs. Dwayne Hex. Sir, ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Ich lasse Bischof ein Signal an Verio senden. Wir haben keine Zeit, Detektiv zu spielen. Gehen Sie zum Frachtraum. Beide. Over. Mein Gott, wir sind sowas von einem Arsch. Ja, sind wir. Sephora Actual. Hier spricht Bella von Reiner 23. Hören Sie mich? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich jetzt schon zwei, dreimal gestorben bin. So als Veteran. Ja, ich bin aufgewacht, dass er steht. Da war etwas Spinnenartiges in meinem Gesicht. Es ist tot, Sir. Der Veteran, der mehrfach starb. Wissen Sie was über meine Leute? Der Rest von 2-3 ist vermutlich tot. Tut mir leid. Rhino 2-1 ist unterwegs zum Frachtraum. Warum kann ich die Waffe nicht wechseln, während die labern? Peace? Denken fällt gerade etwas schwer. Ich bin nicht sicher, wie wir es nicht kommen, Sir. Sie allein sind jetzt Rhino 2-3. Versuchen Sie es. Kommen Sie lebendig zurück. Ich chill over. Warum wechselt er die... Oh, das Gelaber ist immer noch nicht fertig. Was ist das, Bella? Sie... Wir hatten was, okay? Was denn? Sex. Schluss jetzt, du Pfadfinder. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Oh, dieses Ei geht nicht kaputt. Oder was? Och, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Mann! Okay, wo müssen wir lang? Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Da oben sind sie irgendwo Drücken sie die A-Taste für den Nahkampf Kommt ihnen ein Feind so nahe, kann ihnen ein guter Nahkampfangriff zurückwerfen Und für kurze Zeit betäuben Na ja, Waffen, Munition Fangen wir mit Licht an? Ja Dass man immer so lange braucht, um nachzuladen Da oben ist auch noch einer Ich hab keine Munition mehr Das ist nicht so gut Okay, mal merken, dass hier noch ein Medikit ist Ich hoffe, es Das war nah Direkt vor mir Ah Hinter der Tür Ja Mann Okay Also im Moment scheint es mit der Pumpgun besser zu gehen Als mit einem Sturmgewehr Dr. Conrad Ich bitte Ich bitte um eine Versetzung weg von Project Illithia Ich Fühle mich zwar geirrt Teil eines solch Ausschrittlichen Forschungsprojekts zu sein Ich hab da keinen Bock drauf Ah Gleich der nächste Super Seine Schüsse töten es nicht Aber erst wenn ich ballere Dann fällt es um Gut, das ist vielleicht mit Absicht so gemacht Damit man nicht einfach sich nur auf seinen Teammate verlässt Und einfach gar nichts tut Und ihn immer vorschickt Weil scheinbar sterben können die nicht Ich hab's vorhin die ganze Zeit gedacht, dass sie sterben Aber Erinnerungsmarken Okay Ja, komm her Bisschen backant hier Alter Ah Musste das sein Mal zurücklatschen Und gucken Ob wir Noch an Gott, wo muss ich lang? Ob wir noch An das Medipack rankommen Also da An das zum Beispiel kommen wir ran Hä? Ach, ach, okay Ne, mein Fehler Sorry, Leute Das füllt sich dann ja wieder auf Das sind immer so Stufen Alles klar Hab ich nicht dran gedacht? Okay, dann gehen wir mal weiter Wahrscheinlich über mir Unter uns Ja, ich hab's auch abbekommen Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Alter Falter Okay Also es macht definitiv Sinn Am Anfang Das Gewehr Aufzurüsten Und die Pumpgun So zu lassen Wie sie ist Weil die Pumpgun Scheint besser zu sein Diese Geräusche dabei Hä Wo müssen wir eigentlich lang? Da? Hier sind doch noch mehr Räume Oh Oh und Ich habe X Schrotflinte Rangaufstieg Nice Alter Es Auch wenn ich es mag So Aber es ist Durchaus anstrengend Wir können das hier Am Sturmgewehr machen Oder Bei der Dienstpistole Ein Laser dran Was tun wir? Ich würde sagen Laser an die Dienstpistole Oder? Weil das Sturmgewehr Haben wir ja noch gar nicht Was soll mir das bringen? Da Teleskumische Hä? Teleskopisches Genau Teleskopisches Zoom-Visier Ne Ich packe ein Laser An die Dienstpistole So Legendäre Waffe Gefunden